Coole Demo einer koreanischen Spezialeinheit und weisst du, ich weiss genau... Ja ok, die trainieren Unfug, aber warum? Weshalb, wofür trainieren die solchen Unfug, dass einfach nur Hollywood-Show ist? Es gibt dafür drei Gründe und die erkläre ich dir sehr gerne. Der erste Grund, tatsächlich ganz banal, dass eben häufig, die wissen es auch nicht besser, also ganz viel von dem, was im Militär unterrichtet wird, ist einfach, da sind Leute in Positionen gekommen. Also wenn du noch nicht mit solchen Vorgängen zu tun gehabt hast, ist wirklich so, da ist einfach, Leute sind in Entscheidungspositionen gekommen, das sind drei, vier Leute, einer hat vielleicht mal ein paar Jahre Wing Chun gemacht und dann sage der anderen, hey Tim, du bist doch hier der Kampfkunst-Experte, komm, jetzt stell uns mal ein neues Kampfsportprogramm zusammen für unsere Soldaten. Und der sagt, ja, ich kenne da einen Kumpel von mir, mein alter Sifu, der macht da was und dann laden wir den ein. Und dann wird das der neue offizielle Nahkampfausbilder für die gesamte Armee und bildet eine Million Leute aus. Das ist tatsächlich einfach Ahnungslosigkeit oftmals. Der zweite Grund, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, merkt euch das, das ist einer der wichtigsten Gründe, nein, der dritte Grund sage ich euch als wichtigster. Der zweite Grund ist einfach auch, Soldaten brauchen Abwechslung, macht halt Spass. Weisst du, kannst nicht immer nur einfach nur im Feld rumliegen und Distanz schiessen lernen und dein Zeug putzen lernen und einfach Formationen machen und anschleichen und so. Ab und zu lohnt es sich halt was Cooles machen für die Truppenmoral. Cool, Truppenmoral, Zusammenhalt der Soldaten. Und das dritte, und das ist der wichtigste Grund, weshalb wir sowas sehen, Täuschung ist schon die Hälfte vom Kampf. Täuschung ist schon die Hälfte, also ist unglaublich wichtig. Erstens, diese Shows dienen dazu, dich zu täuschen. Und das ist sehr erfolgreich. Also ich sehe in den Kommentaren, haufenweise Leute sehen solche Demos und glauben jetzt so Hollywood-Zeug und denken jetzt, oh wow, krass. Die könnten ganz sicher John Jones und Mike Tyson verprügeln, weil guck, was die für krasses Zeug können, die treten sogar Baseballschläger kaputt. Die sind ja viel krasser noch, die sind fast auf dem Level von so einem Shaolin-Mönch oder vielleicht sogar von Tony Jaa in Ong Bak. Also einfach Täuschung. Auch für feindliche Kämpfer und so, um die zu täuschen und zu beeindrucken. Die Leute denken schon, oh wow, wenn dann ein SWAT-Team kommt und weisst du, deren Knarren sind das eine, aber wenn du dann denkst, oh die Spinning Tornado kicken mir dann eins in die Birne, das macht den Leuten aus irgendeinem Grund einfach viel mehr Angst und flößt mehr Respekt ein. Also jetzt einfach, das ist halt der allerwichtigste Grund, es geht um Täuschung. Auch, und das ist ein Teil dieser Täuschung, um dich auch dazu zu bringen, dass du denkst, wow, ich will bei denen mitmachen. Weil die Show zeigt dann nicht, wie du einfach nur stundenlang in irgendwelchen Baracken umrum hängst, halb verpennt irgendwelche unnötigen Auslegeordnungen machst und es darum geht, ob du alles schön gerade hingepackt hast und deine Servietten richtig gefaltet hast, sondern dann denkst du nachher so, wow, wenn ich dort hingehe, dann kann ich nachher ein Salto und ein Spagat und kann mal eine Vase zerteppern und ich möchte auch so cooles Geschmier im Gesicht haben und dann bin ich auch so krass wie die und auch so Hollywood-mäßig unterwegs und dann meldest du dich vielleicht an, dann bist du der nächste 18-Jährige, der irgendwo als Kanonen-Futter hingeschickt wird, weil er gedacht hat, er kann mit einem Spinning-Kick bin Laden in die Umlaufbahn befördern. Also in Wahrheit, das sind die Gründe. Jetzt schauen wir uns die coole Show nochmal an. Und jetzt schauen wir uns die